Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr euch am Start habt. Hier ist mal wieder euer Busfahrer Maximus mit Sebast und der neuen Linie 300. Und da nochmal ein Dankeschön an TML Studios, dass ich euch jetzt das schon zeigen darf. Weitere Infos, wie es weitergeht mit Sebast, das werden wir heute nochmal auf der Tour besprechen. Da gibt es ein paar schöne Sachen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber die Linie 300, ich habe sie ganz kurz mal angeguckt und da kam Nostalgieerinnerung wieder hoch, weil ich ja diese Strecke ziemlich oft damals gefahren bin und es ist lange her. Und da kommt noch ein oder andere Ideen nochmal hoch, wo ich damals unterwegs war. Wie es jetzt aussieht, fantastisch. Wer aus Berlin kommt oder regelmäßig diese Strecke abfährt, der kann ja mal reinschreiben, wie gut sie das abgebildet haben. So, gut, alles klar. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich werde jetzt in den Bus steigen und dann werden wir gemütlich losfahren. Und ich muss sagen, es sieht schon echt nicht schlecht aus. Ja, wirklich sehr, sehr hübsch. So, achso, wir haben die Feststellbremse noch ein. Türfreigabe. Klimaanlage. So, jetzt können wir losfahren. Gut, alles klar. In der Gegend war ich früher sehr oft unterwegs und ich muss sagen, ey, was hat sich hier in Berlin getan? Dieses Haus sagt mir gar nichts. Also, ich war sehr oft unterwegs, das waren die 2000er. Bis 2005, 2006 war ich sehr oft oder regelmäßig in Berlin und wir werden besondere, ja, oh ja, sehr markante Punkte wiedersehen. Hier ist auf jeden Fall noch einiges im Bau. Also, wir werden hier an der Allianz Arena, wir werden natürlich, wir haben Alex wieder langfahren, aber dort vorne sehen wir auch, aha, die Eastside Gallery. Also, die Mauer noch. Jetzt fahren wir mal da ran. Und das sind ja wirklich Punkte, die kennt man ja, ne? Die kennt man schon irgendwie, ne? So, machen wir mal auf. Ich hoffe, jetzt würden nicht so viele Leute hier irgendwie zahlen. Ist ja jetzt mit Kartenzahlung etc. Alles sind mit am Start. Die junge Dame möchte mit Karte zahlen. Äh, dö, 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 Einzelfahrt. Ne, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken wieder zurück. A, B, C natürlich. Äh, dann Einzelfahrt. 3,80 Euro. Karte. Äh, Kartenterminell. Und zack, mit Handy. Ja, wir sind modern. und da machen wir natürlich mit wenn es modern ist so und dann fahren wir und da vorne sieht man schon mal die mauer also ich muss wirklich sagen sebas entwickelt sich immer weiter und zum positiven natürlich schön langsam hier rumfahren und ich werde immer wieder mal nach außen schalten und wir sollten vielleicht mal das licht an machen licht muss sein fahrt gerne mit licht und hier ist ziemlich viel stau guckt euch das an diese ganzen gebäude hier drüben ist dann noch die spree die lang fließt und hier war doch in der nähe hier war auch in der nähe auch das war nicht das max dieses disco irgendwie auf der seite war doch mal eine disco da war man damals gewesen ist das next oder wie ist es anders ich weiß es gar nicht mehr ich muss wirklich sagen also so lange her über sie ist ein bisschen anders so und die türen sind offen gucken wir mal steigen die alle aus ja die können aussteigen will jemand was von uns wollen sie nicht und dann fahren wir gemütlich los wir müssen jetzt hier rüber baustellen sind natürlich auch und das sind ja so eine sachen da da sage ich herrlich ja es soll auch nicht mehr allzu lange dauern bis wir dann den neuen bus den e citaro das sind jetzt kommen wir erst mal darauf was uns jetzt die nächste zeit zu erwarten wird der e citaro wird der nächste bus sein ein elektrobus wo sie noch an den sound abmischung aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern dieses jahr soll es definitiv noch sein ob wir den bus mit mercedes stern bekommen oder nicht irgendwo hatte ich mal auf einer gewissen samtnehmer gesehen da war mercedes stern gewesen aber da sind noch gespräche et cetera ich hoffe dass mercedes sagt okay da machen wir mit ja scania und mn sind ja da immer mit den lizenzen ziemlich zügig aber auch gerade jetzt wenn ich hier die ganzen transporter sehe warum da nicht mercedes stern hier bei dem lkw ist ein mn ja es gehört doch einfach dazu also in jedem rennspiel gibt es so viele marken ich hoffe da passiert noch ein bisschen was so was mich aber auch schon viele immer so ein bisschen stört diese überblendung da hinten das ist alles so ein bisschen hell das soll noch überarbeitet werden weil das nächste was gemacht werden wird ist dass die auf der android android engine 5 übergeben das bedeutet nicht dass ihr gleich ein komplett anderes spiel hat nein es wird im grunde genommen erst mal so aussehen wie es jetzt aussieht ja vielleicht ein paar verbesserungen es wird ein neues physik system sein für die fahrzeuge das muss man quasi nehmen wenn man die android engine 5 benutzt also die physik wird dann auf jeden fall noch verändert aber durch diese dieses neue grafik monster muss man jetzt einfach sagen von android engine gibt es mehr möglichkeiten sachen zu implementieren und eine sache worauf sich viele viele freuen ist natürlich mod support man wird auf dieser basierenden karte die man jetzt hier hat erstmal nichts machen können aber dieses tool soll noch dieses jahr erscheinen und es kann sein dass wir vielleicht auch dieses jahr schon mal durch die mond community so eine kleine strecke kriegen ja ich sag ja immer ganz ehrlich oder ganz ja oder würde mich freuen baut kottbus ja das wäre total lustig wenn jemand dann der versucht kottbus irgendwie nachzubauen da würde mich absolut freuen das soll sein man die versuchen auch mit diese strecke hier ist mit dem gleichen tool produziert oder erschaffen worden was die community nutzen kann also die straßen da haben sie ja schon mal ein tutorial ich habe sie mal angeguckt die nächste zeit wird sein nächstes tutorial geben wie man halt häuser da sind halt vordefinierte häuser schon drinnen jetzt waren wir erst mal zum ostbahnhof so informationen richtig ab zum ostbahnhof vor drei jahren war ich das letzte mal glüge hier aus brandhof oder vor zwei jahren er hat eine dienstliche veranstaltungen sehr legat ja da sind wir mit dem zug gefahren dann waren wir hinten irgendwo so die volkspolizei steht natürlich auch da wäre doch cool wenn jetzt hier ein mercedes stern da oben wäre auf den sprintern wenn die wunderschaft hier einrücken weil sie sich irgendwas gemacht hat hier jetzt kommen sie alle hier ist ja ordentlich was los meine güte und man kann aber selber auch assets reinladen und 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 das soll alles funktionieren jetzt will jeder barriere bezahlen zurück ab einzelfahrt 34 stunden oh gott 24 stunden 8 euro jahr bar roti wird auch 20 fennig zurück haben wo man mal gucken hier sind sie 20 fennig ja na gut nein drei euro die sag ich erst mal ein so dann gehe ich noch mal zurück ab einzelfahrt drei euro war da gemacht so gut alles klar machen wir wieder alles zu bei zeitverzug also man fährt so 35 bis 14 minuten sollte so eine tour sein da sollten wir einen gang rein machen feststellen wir sind da drin achso wir haben hier irgendwo noch eine freigabe drin gehabt so und da vorne sieht man schon den berliner fernsehschung also man sieht schon markante stellen wir schalten wir noch mal nach außen dass ihr da auch ein bisschen was seht alles können sie natürlich nicht wenn jetzt zum beispiel eine neue Baustelle oder vor einem halben jahr das können sie natürlich nicht alles hier rein machen das ist ja klar irgendwo muss man dann sagen an dem den zeitpunkt ist das gut so jetzt haben wir hier im passat fahrer das war nicht maximus man muss sagen die ki macht hier so ein bisschen seins ne also die nehmen dann nicht ganz so viel rücksicht auf den bus ich glaube da würde ein busfahrer hier von der bvg ein bisschen anders agieren da wurde erstmal ordentlich die hupe drücken sind wir eigentlich schon zu spät oder raus mit euch so ich will nicht dass ich euch irgendwas bezahlen muss so türen zu und das ist alles noch eine vorab ja dieses gilt natürlich immer unter vorbereitet kann immer wieder was passieren bei so einer vorab version ja und falls ihr irgendwelche probleme oder fehler habt dann bitte macht ein bult oder erklärt das und schreibt es dann in tml wenn euch irgendwas aufgefallen ist ich habe hier zum beispiel ja die ki die brauche hier in ewigkeiten wir sind jetzt einfach mal so frei die stehen jetzt alle hier auf der seite ich ja nicht hingucken nicht hingucken nicht hingucken weil sonst wird das alles zu lang ja ich will jetzt auch nicht 100 stunden hier lang fahren also so gut haben wir hier stand das sagt mir auch noch was diese total tank stelle mit dieser waschanlage und guckt euch an jetzt fahren wir gleich Richtung alexander platz hier sieht das nicht schön aus herrlich ach so jetzt waren straße so machen wir erstmal hier über die große kreuzung hier überall noch diese rohre die dann quasi die baustellen versorgen ich muss sagen ich hatte da grüne ach der war bestimmt beim abbiegen ja hat er gesehen aber auch hier die die großen häuser ne die plattenbauhäuser also ich glaube schon dass sie es hier sehr gut rüber gebracht haben erstmal ihr könnt euch natürlich wieder lustig machen dass der maximus den anderen da mhm von der straße gehüttert aber ich finde es nicht schlecht wenn jetzt irgendwo eine kollision ist dass sie halt die autos dann irgendwo wo warte mal hier wird auch eine rind kannst du nicht mehr so früher kommen ich habe keine zeit so haben wir die türen hier zu alle ja so die türfreigabe noch nicht fertig vergesse ich immer ein bisschen gut weiter geht's das ist glaube ich das einzige was mich so ein bisschen stört dass es hier so ein bisschen überblenden ist aber das ist tml studio auch bewusst ja man erkennt ja die wolken gar nicht so richtig gut ich habe jetzt klar immer gemacht oder meine moderatoren radio aber auch hier die straße und die ganzen baustellen wenn ihr wusste kein dass in berlin hier so doll gebaut wird meine jüte sehr das ist ja ich muss sagen dass das macht mir jetzt gerade so richtig viel spaß ja und gerade wenn dann auch wirklich das mit dem mod mit den ganzen support dann alles irgendwann mal kommt ach wie schön ist das denn fahrzeug oder werbung mit den hier zum beispiel die müllabfuhr das dann halt die originale werbung oder die logos von den fahrzeugen drin ist das soll ja dann alles so funktionieren ja und vielleicht gibt es ja auch verschmutzung für die fahrzeuge man muss sie waschen sonst aufträge er ist jetzt ein bisschen quatsch gesagt aber ja habt ihr gesehen da oben in den wo die ausgestiegen sind das hatten wir schon mal dass sie denn noch so im sitzen dann aufstehen so überlegen ja wir können jetzt weiterfahren die polizei ist da gut kann euch ja nochmal ganz kurz zeigen wir sind jetzt hier wir sind hier vorne sind wir losgefahren und müssen bis dort hin ja den bereich den kennen wir den könnten wir eigentlich auch überspringen das würde ich jetzt eigentlich mal machen dass ich dann einfach dann pause mache den bereich den wir so kennen und dann ab dem nö ab hier oder unter den linden ja unter den linden können wir denn genau unter den linden würde ich denn wenn wir hier sind Alexanderplatz dann mache ich dann kurz meine pause sonst wird das eindeutig zu lang ja und hier das große einkaufs ähm zentrum alexa ruhig habe ich hier den umgefahren das war jetzt nicht aber nach vorne das große hotel ja das ist schon ja den einkaufstempel den kennt man schon irgendwie ne so wir müssen jetzt mal schauen dass wir jetzt langsam hier auf die andere fahrbahn kommen dann ist die Straße ja 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 so groß nochmal hier rum wir haben schon vorstellen die reisen reingegangen aber mit so einem kleinen bus hier also mit so einem kleinen zubringer man könnte sogar bei so was als motto vielleicht so eine taxis rein machen das wäre cool mit dem taxi lang fahren aber kind city car driving gut alles klar dann fahren wir hierhin den abschnitt den kennen wir würde ich das jetzt einfach mal schnell dann überspringen und dann sehen wir uns gleich am nächsten abschnitt also kurz pause was sind das für blätter hier ich muss jetzt noch mal die pause kurz rausnehmen weil das was wir hier jetzt sehen glaube konnten wir vorher noch gar nicht sehen rotes rathaus ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher ja ihr könnt es ja mal reinschreiben aber auch markantes gebäude hier in berlin wo der regierende oder die regierende bürgermeisterin sitzt ja das rote rathaus ganz markantes gebäude und hier vorne müsste denn der neptun boden sein ich bin jetzt nicht der berliner hundertprozentiger kenner aber hier vorne müsste denn irgendwo der brunnen davon ist er doch es ist nicht der naja er gut ist ein brunnen gut kämpfer gut sieht ja gut aus schön da vorne das berliner rathaus dann würden wir sagen fahren wir jetzt einfach mal weiter so gerade unter den linden fertig und jetzt haben wir noch sechs haltestellen auf der neuen linie 300 jetzt muss erstmal hier rüber fahren geht alles läuft so schön also sieht schon echt cool aus gucken ob wir hier rüber kommen mit unseren riesen bus jetzt bin ich ein bisschen falsch gefahren alles klar also die leute sind glücklich und zufrieden so wie ich den bus her lenke Ja, ja, gut. Ihr kennt mich ja, wie ich fahre, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn es dann richtig losgeht, einige überlegen wahrscheinlich immer noch, dieses Spiel sich zu holen. Das ist natürlich. Jedermann ist es seine Sache, hier Bus zu fahren. Aber ich finde es echt interessant und dass sie sich hier für Berlin entschieden haben. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen, unsere Hauptstadt. Warte mal, hier hinten beim Adler. Das ist doch eine Strecke, die wir noch kennen, ne? Die geht doch noch eine andere Strecke hier lang. Naja, das ist jetzt auch nicht hundertprozentig. Ich fahre mir schon mal blind hier rum. Ja, hat sich schon gemacht, die Hauptstadt, ne? Ich würde es aber irgendwie cool finden, Berlin noch irgendwelche Wolkenkratzer hätte, also ein paar höhere. Da wurde auch mal was erzählt, dass sie noch ein paar... Ja, also ich meine jetzt nicht, dass Berlin aussehen müsste wie Manhattan, ja? Oder Berlin. Ne, das müsste nicht, aber ein paar hohe Häuser, so ein bisschen so wie die Frankfurt am Main, noch eine kleine Skyline. Wäre eigentlich ganz interessant. Das haben sie damals, glaube ich, irgendwie durch ein altes Gesetz, durften sie nur eine gewisse Höhe haben, die Häuser. Das hatten sie ja da sowieso mal ein bisschen so aufgeweicht. So, jetzt stehen wir hier und komm nicht rum. Naja, toll. Nur jedes Auto ist hier rumgekommen. Das läuft ja. Ah, verdammt. Also, das ist halt Berlin, ne? Dann kommst du auch mit der BVG halt ein bisschen zu spät, ne? Weil so viel Verkehr ist. Wir sind ja hier auch mitten im, naja, Mittagsverkehr. Nicht Berufsverkehr, aber Mittagsverkehr. Die stehen jetzt alle... Achso, die erwartet, weil ich zu weit hier drüben bin. Das ist doch gut. So, mal gucken, ob er jetzt wirklich rumfällt, sonst müssen wir mal wieder ein bisschen rumblödeln. Da fahr. Ich fahr jetzt auch auf die Kreuzung mit rauf. Und da ziehen wir einfach mit rum. Der könnte jetzt eigentlich ein bisschen weiter vorfahren, aber er macht das nicht, weil... Ja. Ach, warum steht denn der hier? Ah, ich... Ich bin Busfahrer. Habt ihr gesehen? Der ist geflogen. Sag, er ist ja bei der anderen reingetornert. Ja, sowas kann halt mal passieren, ne? Das sind halt so lustige Momente, ne? Das ist ja immer ein großes Problem, wenn du selber als Spieler eingreifst in dieses Konstrukt, ja? Dann kann es durchaus sein, dass die KI erst mal lernen muss, wie das alles so funktioniert. Wie die Fahrer sich, oder wie man selber, als sich da verhält. Und wenn dann wirklich mal irgendwann ein Multiplayer kommen sollte. Eieieieiei. Ja, das merkt man ja auch bei anderen Simulationsspielen. Ja, wo wir jetzt auch... Also ich finde das System, so wie SDS das zum Beispiel gemacht hat, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass... das vielleicht... TML Studio auch so übernimmt, weil die Mods sollen ja... äh... im Steam Workshop benutzen. Das wäre ja der Abs... Das wäre ja richtig cool, dass es nicht irgendwo externe Seiten gibt. Das, äh... würde ich überhaupt nicht so richtig begrüßen. Äh... den Multiplayer, dass man den so macht, dass einer den Host macht, ja? Vielleicht auch mit vier oder bis acht Leuten, muss man halt sehen. Weil umso mehr Leute auf dem Server überall verteilt sind. Überall muss ja alles, äh... berechnet werden. Und das merkt man ja, wenn wir ins Spielchen gehen, und da kommt jemand nachgejoint bei dem, äh... Eurotrack Simulator, bei einem Konvoi-Modus, dass... wir fahren angenommen auf dem Berliner Ring, alle so in Pulg, und einer spawnt quasi dazu. Ist vielleicht in Hamburg. Dann wird in der Zeit jetzt erstmal in Hamburg KI rundum berechnet und bei uns berechnet. Jetzt kommt der aber immer näher zu uns. Und jetzt kollidieren seine KI und unsere KI. Und dann kann es manchmal dazu führen, dass man mal unsichtbare Autos auf einmal sieht, dass die, äh... bei uns dann irgendwo sind. Und das muss alles... Ich meine, man kann ja nicht die ganze Karte... Hier das vielleicht in dem Bereich würde es vielleicht gehen, aber man versucht ja so wenig wie möglich Ressourcen zu verwenden. Was ich nicht sehe, muss ja nicht berechnet werden. Erst wenn wir in den Bereich kommen, dann, äh, soll es ja berechnet werden. Um Ressourcen zu sparen, ne? Und, ähm... Wenn sie auch so einen Konvoi-Modus, und wenn man dann halt mit Mods spielt, und derjenige, der will danach dazukommen und hat vielleicht nicht die gleichen Mods, wie die man selber hat, dann werden die automatisch, äh, runtergeladen. Das wäre, äh, eine schöne Option. Inwiefern man hier mit einer Firma agiert, also dass man vielleicht selber eine Firma hat, ja? Und sich dann wie, ja, mit anderen... Ja, dann... Ja, da... Da... Da lassen wir uns einfach mal raschen. Ich denke mal, die haben da schon ihre Ideen. Man möchte sich natürlich immer irgendwie messen, ja? Ja, dann sagt man hier... CML-Bus-Tour. Und... Dann kann man sich vielleicht über das System anmelden, und dann kann man sehen, vielleicht über den In-Game-Bereich, wer ist halt... Also, das wäre schön, wenn es In-Game geht, ja? Wo dann halt Anfragen gestellt wird, wo man halt auch, äh, Admins, die gewisse Rechte haben, Leute einstellen, Leute befördern, Leute, äh, wieder rausschmeißen aus der Firma, wenn die halt zu viele Unfälle oder halt, ja, nur Mist bauen, ja? Kann ja... Kann ja so ein internes Punktesystem, wer ist ein guter Busfahrer, wer macht das, ja? Ist bestimmt einiges zum Überlegen, aber... Falls dann wirklich der Multiplayer irgendwo mal kommt, dann kann man ja auch mal darüber reden. Ich glaube, den Streckenabschnitt, den konnte man vorher auch schon irgendwie fahren, ne? Ja, 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 glaube schon. Wir fahren jetzt hier lang. Wir gehen mal auf die Karte. Wir sind jetzt sowieso kurz vorm Ende. Ich glaube, sonst ist man hier irgendwo lang gefahren. Ne, hier so lang, und das ist die Haltestelle. Also, wesentlich kann man sagen, der Bereich ist definitiv alles neu, ne? Das ist ja wirklich schon sehr schön. Wir haben es gleich geschafft. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was sehen von der Linie 300. Hier ist ordentlich viel Verkehr. Und dann könnt ihr selber dann irgendwann anfangen, neue Strecken zu bauen. Ich bin ja echt gespannt, ja? Irgendeinen Kommentaren habe ich gesehen unter den Videos von... Next. Ups. Da ist schon so eine Vorschlägebahn wegen Strecken. Da hat jemand wirklich Cottbus geschrieben und noch ein paar andere Städte. Ja. Da wäre doch kein... Also, ich würde es mir auch vorstellen, dass es irgendwo noch eine Kleinstadt ist. Eine Kleinstadt, wo man über Land vielleicht fährt. Warum nicht? Man muss ja nicht immer komplett in der Stadt, also, wo man vielleicht um ein paar Kilometer draußen fährt. Ja, und die Kilometer draußen über irgendwelche, so eine kleinen Dörfer, wo man halt, ähm, ja, kleine Gemeinden hat. Und man fährt dann halt einen Schulbus oder sonstige Sachen. Und dann nimmt man halt so einen, so einen kleinen Bus. Mit, äh, School und was weiß ich. Ein Schulbus. Also, das würde ich definitiv auch für... weil man hat schon einige Möglichkeiten. So. Und hier diese neuen Anzeigen hier oben. Die sind natürlich auch cool, ne? Ja, da steht Linie 300 Süd. Das sind wir. Wir sind... Sind wir pünktlich angekommen? Ich weiß gar nicht. Sind wir pünktlich? Ja, ich glaube, wir sind pünktlich. Ja, jetzt... Was, was anderes ist ja auch nicht zu erwarten gewesen, ne? So. Und da vorne müsste jetzt die Endhaltestelle sein. Ja, ich denke mal. Aber wir fahren ein bisschen zu schnell, ne? Ja, wir sind jetzt Busfahrer von der BVG. Ja, da kann man schon mal ein bisschen zügiger fahren. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir müssen hier rüberfahren. Aber wenn es wirklich Multiplayer gibt, ja, dann sollte es auch irgendwo einen kleinen Charakter-Editor geben, wo man seinen Charakter, ähm, so anpassen kann. Also... Eine Kleinigkeit. Ich will jetzt nicht übertreiben. Vielleicht so wie bei... Das ist eine Art wie bei dem Brausemonat, oder voll definierte, ähm, Bereiche. Vielleicht auch durch Mods, ja. Ich finde doch manchmal nicht schlecht, wenn man zum Beispiel Busse hat. Wenn man vielleicht... Gerade für die Mod-Community so ein Showroom, wo man verschiedene Hintergründe reinmacht. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja manche Autorennspiele, wo ihr das Auto habt, und dann, du, bei, äh, wie heißt es? Gran Turismo. Da gibt es dann halt auch so was, wo man dann andere Hintergründe einpflegen könnte. Das wäre eigentlich auch cool, ne? Ein schöner Hintergrund mit Bäumen, und Ries, oder halt einen Sonnenuntergang. Ja, wo wir auch fühlen. So, ja. Das war jetzt die Linie 300. Ähm... Die sind wir jetzt abgefahren. Jetzt ist nur noch Betriebsfahrt. Die anderen stehen hier. Also ich muss wirklich sagen, äh, man fährt natürlich immer wieder mal Linie 100, Linie 200, immer mal ein paar Abschnitte mit. Aber... Der erste Bereich, den wir gesehen haben, der sieht schon wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und... Ich freue mich auf den nächsten Bus, also den E-Bus. Und natürlich, wie es mit dem Spiel weitergeht. Gerade mit dem Mod-Support. Andere Strecken. Ich bin echt gespannt. Und wenn man die Mod-Community mitnimmt, könnte es durchaus sehr interessant sein. Wenn das Tool gut funktioniert, ne? Also... Mir hat's Spaß gemacht. Wenn man das noch mit der Helligkeit hier irgendwie noch so ein bisschen hinkriegt, dass es nicht so hell wirkt, dann ist alles, ähm, easy-beasy. Dann... Mit der Unreal Engine 5 würde man das vielleicht alles so hinkriegen. Ja, aber das wissen sie. Da, TML Studio. Erst noch mal danke, dass ihr euch das zeigen darf. Falls euch das interessiert hat, oder euch, ähm, die Mitfahrt mit mir als Busfahrer Maximus gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen geben. Für alle, die noch nicht abonniert haben, könnt gerne ein Abo da lassen. Für weitere Folgen. The Bus. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. So. Mit den Worten. Sehen wir uns heute Abend. Nicht vergessen. Ja. Heute Abend bin ich wieder live. Dann lass uns, äh, ein großes Projekt starten. Bis dahin haut rein. Macht's gut. Bye-bye.